In der Exposit-Programmschiene der Akademie wird die Arbeit von Katharina Scheucher präsentiert. Die Exposit-Schiene steht dieses Jahr unter dem Motto Draw a Distinction. Das heißt, es geht um Formen der Zeichnung, die über das klassische Format der Blattzeichnung hinausgehen und performativen Charakter annehmen oder im Fall von Katharina Scheucher wirklich in den Raum als Raumzeichnung ausgreifen. Katharina Scheucher versteht Räume eigentlich wie eine Art von Blattpapier. Sie untersucht die im Raum gegebenen Strukturen und ergänzt diese, führt diese in den Raum weiter als Raumzeichnung, die wie die Struktur hinter mir dann den Raum zum Oszillieren bringt. Im Zentrum ihrer Arbeit steht eine Installation, die die Geräuche, die die Besucher, Besucherinnen im Ausstellungsraum leicht verfremdet, in eine Art Echo wiedergibt und das zeigt auch, wie Katharina Scheucher Raum versteht, nämlich als Dialogpartner. Die Besucher, Besucherinnen werden angelegt, wirklich sich auf die Erfahrung im Raum einzulassen und hier eine andere Art von Wahrnehmung von Raum und Zeit zu entwickeln.